Juhu, es geht wieder alles, so kann man das sehen, so kann man das auch hören. Herzlich willkommen zum App-Check, heute eine App, die ich schon mal präsentiert habe, aber damals hieß das alles noch App der Woche und war geradewegs der Anlass. Der Anlass ist auch wieder, und wenn ihr auf das heutige Datum guckt, auf den 5. August, wo es eigentlich normal kein Video gibt, die Gründe kennt ihr ja, gibt es heute mal eins, einfach mal spontan hier überlegt. Die Gamescom startet heute fürs Pressevolk, morgen für uns normale Menschen. Ich bin am Donnerstag da, am 6. August, mal gucken, ob alles gut klappt. Wer natürlich sehen könnt, viele Apps, selbstverständlich, aber die wichtigste ist natürlich hier diese Gamescom-App. Ja, die offizielle App für die Spielemesse, natürlich alle Infos, alle Produkte, natürlich Trailer und vieles, vieles mehr. Auch natürlich Voting für den Award und ihr könnt natürlich sehen, was hier alles so dabei ist. Need for Speed unter anderem, dann natürlich The Division, Dark Souls 3, Star Wars Battlefront, Unravel und vieles, vieles mehr. Natürlich hier die Aussteller sind auch dabei, Ubisoft, EA, die Bundeswehr sogar. Stell dir ein Spiel vor, wusste ich nicht. Nein. Und dann natürlich vieles mehr. Auch natürlich die News, selbstverständlich, sowie natürlich auch die Produkte. Die Produkte gucken wir uns als erstes mal an. Die sind natürlich hier in alphabetischer Reihenfolge, kann man das natürlich dann auch schon sehen. Welche Spiele beispielsweise präsentiert werden, hier natürlich Anno 2205. Ich habe gedacht, es wäre Anno 2025 gewesen oder so, aber kann man sich doch irren. Battleborn, dann natürlich vieles Neues von BenQ. Dann sieht man auch hier vieles Neues, beispielsweise City Skylines wird auch präsentiert. Oh, ich liebe das Spiel. Und vieles, vieles mehr. Dark Souls 3 und so weiter und so fort. Dann könnt ihr jeweils draufklicken. Ich klicke mal auf, was könnten wir klicken? Ich klicke mal City Skylines an und dann gibt es natürlich hier unten die Information. Da steht der Baugenre und so weiter. Images, Videos, Social Media natürlich und so weiter und so fort. Könnt ihr euch natürlich auch angucken. Dann gibt es natürlich Best Trailer. Hier könnt ihr euch die ganzen Trailer angucken von Star Wars Battlefront über Mirror's Edge Catalyst, EA Sports, FIFA 16 und Assassin's Creed Syndicate. Das sind im Moment die einzigen Trailer, die natürlich dabei sind. Und ihr könnt natürlich, warte, ich habe doch auf Award Voting gedrückt. Ja, dann kommt hier, wenn ihr Award Voting drückt, nochmal zurück auf die Produkte, die natürlich gemacht werden. Die Aussteller hier nochmal im Überblick. Selbstverständlich auch hier wieder alphabetisch geordnet. Unter anderem möchte ich euch auch gerne empfehlen, müsste ich jetzt mal bei R gucken. Ich glaube, die sind aber da nicht so aufgelistet selbstständig, oder? Die präsentieren eigentlich auch nichts. Nur in Merchandise und vieles mehr natürlich nicht. So, gucken wir mal an. Ne, sind hier nicht zu finden. Aber ich kann euch natürlich sagen, wo natürlich die jeweiligen sind. Wie ihr natürlich auch wisst, ich bin großer Bohnen-Fan. Und da gibt es natürlich auch was ganz Besonderes. Nicht bei XMG. Nicht hier direkt. Halle 8.1 sind sie. Und da empfehle ich euch auch gerne mal hinzugehen, wenn ihr natürlich Fan der Bohnen seid. Gucken wir uns aber weiter in die App an. Dann gibt es natürlich die ersten Veranstaltungen, selbstverständlich. Dann gibt es den Fan-Contest, das Finale. Gibt es natürlich dann auch noch bei Ubisoft unter anderem. Dann gibt es natürlich noch viele andere. Aber wir können auch hier drauf klicken. Und dann hat man auch die Veranstaltungen. Hier sieht man es im Überblick. Natürlich von der Cosplay Village über den Gamescom Campus bis hin zur Outdoor-Area ist alles dabei. Jetzt muss ich nochmal zurück. Und natürlich gibt es auch die verschiedenen Partner, die selbstverständlich dabei sind. Gold-Partner unter anderem. Hier sehen wir einen Energy-Drink. dafür muss ich nicht Werbung machen. Die News, selbstverständlich gibt es auch. Selbstverständlich gibt es auch. Und zwar nicht von Computerbild-Spiele. Gibt es die dann halt hier nochmal zu finden. Natürlich gibt es auch auf unserer WordPress-Seite, auf derchotv.wordpress.com selbstverständlich auch News zur Gamescom. Und da müsst ihr natürlich dann selbstverständlich, wisst ihr dann auch einiges mehr. Nicht alle News, aber wenigstens die wichtigsten Infos dazu. Dann natürlich Informationen für die Besucher. Eintrittskarte-Fahrausweis. Gibt es natürlich die ganzen Möglichkeiten. Wenn ihr natürlich schon ein Ticket habt, ist es ja kein Problem. Die Termine der Gamescom 2015. Hier sieht man das natürlich, wie lange sie offen haben. Am Donnerstag selbstverständlich der erste Besuchertag für alle. 10 bis 20 Uhr. So wie auch am Samstag. Dann am Freitag, am Samstag eine Stunde früher sogar offen. Von 9 bis 20 Uhr. Am Sonntag dann zwei Stunden weniger. Von 9 bis 18 Uhr. Das ist ja dann auch der letzte. So kann man das dann auch sehen. Altersbändchen gibt es natürlich auch. Die US-K-Kontrolle ist natürlich klar. 12 keine Altersbändchen. Bis 12. Ab 12 grün. Ab 16 blau. Und ab 18 kriegt man ein schönes rotes Bensche. So sieht es aus. Und Eintrittskarten kaufen kann man natürlich auch noch. Da ist es natürlich selbstverständlich auch noch zu gucken, ob es welche überhaupt online gibt. Das ist aber auch ein bisschen schwer, denn die sind online schon fast alle ausverkauft. Entweder müsst ihr welche gewinnen, was jetzt sagen wir mal auch ein bisschen schwer wird. Das wollte ich jetzt nicht. Das war jetzt was anderes. Sonst natürlich nicht mehr. Die Business Area sind für die, die natürlich, sagen wir mal, Businessleute sind. Ich bin es ja nicht. Ich bin ja nicht morgen am Pressetag da. Morgen. Heute. Nicht wieder verplappert. So, jetzt gehen wir oben auf das Menü. Ihr seht natürlich hier, wenn ich auf dem ersten Menüteil bin. Da seht ihr ja natürlich alles andere habe ich ja schon vorgestellt. Dann geht es natürlich hier drauf auf die Karte. Auf die hochoffizielle Karte, wenn sie natürlich lädt. Und die ist in 3D. Hier zeigt sie natürlich auch nochmal alles an, wo natürlich alles ist. Da hinten ist der schöne Kölner Dom. Da ist dann auch der Hauptbahnhof. Und natürlich von da alle natürlich hingehen wollen und möchten. Das ist ja eine Messehalle. Ist ja in Deutz, im Bereich Deutz. Da muss man da natürlich hin. Und ich mache das natürlich mal so, dass man das auch sieht. Hier ist natürlich die Freifläche, Eingang Nord ist natürlich da. Da ist direkt Halle 8. Aber ich mache mal in der 2D-Ansicht. Dann sieht man das auch etwas besser. Hier ist der Eingang Süd. Kann man jetzt schlecht sehen, wie ich das mache. Aber da wo, ich gehe jetzt einfach mal da drauf. Das ist natürlich Eingang Süd. Hier kann man das natürlich erkennen. Gehen wir nochmal zurück. Dann ist ja hier vorne Eingang Nord. Und hier haben wir dann weiterhin auch Ja-Anwendung. Hat zu wenig Speicher. Halsmaul. So, Eingang Ost haben wir dann noch hier. Eingang West gibt es nicht. Dann gibt es noch den Boulevard Stream. Hier sieht man natürlich die Straße. Hier sieht man natürlich EA ist auch noch dabei. Und ihr könnt jeweils draufklicken. Beispielsweise gehen wir mal auf Halle 8. Und dann könnt ihr natürlich euch anschauen, wo selbstverständlich die ganzen Hersteller natürlich bzw. die ganzen Sachen sind. Klicken wir mal hier drauf. Hier ist Gigantic. So, und dann haben wir hier auch nochmal einen Stand. Was denn hier? Ja, BMG haben wir hier. Greybox. Ich suche geradewegs was Bestimmtes. Aber, ne, das ist Laser Game. Aber ich finde das geradewegs nicht. Weil ich wollte euch zeigen, wo Rocket Beans ist. Rocket Beans TV. Ne, das ist auch nicht. Buffed. Rasting. Und was haben wir hier? Turtle Entertainment. Ja, guck mal. Hier ist die ESL sogar auch noch zu Hause. Turtle Entertainment. Da müsste man mal irgendwo gucken, wo die hier sind. Die sind ja Halle 8. Da wird man aber schon finden. Also, da ist ja natürlich alles auch besser dann ausgeschildert als sonst. Und da muss man halt natürlich auch, sagen wir mal, besser woanders gucken. Hier dann nochmal schön. Nein, das wollte ich nicht. Und die App ist angehalten worden. Ja, da muss ich sie gleich nochmal neu starten, weil das so ein bisschen hier, sagen wir mal, mit dem Speicher kämpft. Ihr könnt im Übrigen die App nicht, das kann ich jetzt schon mal sagen, nicht im Übrigen auf die SD-Karte packen. Also, sie bleibt auf einem Handyspeicher. Wenn ihr ein Handy habt, ein Smartphone mit geringem Speicher, sei es ein iPhone mit 8 GB oder natürlich ein anderes Smartphone mit nur 4 GB Speicher oder so, dann würde ich euch empfehlen, die App nicht so geradewegs auszulasten. Das ist natürlich dann auch nicht so gut. Das nur als kleine Information. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das alles aufgezeichnet wurde. Beispielsweise diese 3D-Animation, die sollte man ganz abschalten, weil man dann auch natürlich sehen kann, wo man ist. Hier ist ja beispielsweise dann auch der Bahnhof Deutz. Kann man ja so ungefähr sehen. Aber das ist dann natürlich alles ausgeschildert, wo alles ist. Hier ist der Eingang Nord, Eingang Süd, Eingang Ost, Halle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also Halle 1 bis 4 ist natürlich Business Area. Also da könnt ihr natürlich nicht hin, wenn ihr keinen Presseausweis habt. Der Rest, was alles hellblau ist und natürlich lila und so weiter und grün, da könnt ihr ja alle natürlich hin. Dann gibt es natürlich auch die Feedback, die Timeline selbstverständlich, was alles so abläuft in der nächsten Zeit. Wenn sie jetzt lädt, wenn ich jetzt hoffe, dass jetzt durch den Absturz der App jetzt nicht vieles passiert ist. Aber dafür müsst ihr euch anmelden. Also könnt ihr natürlich auch mit Facebook anmelden. Das mache ich jetzt mal einfach. Damit seht ihr dann natürlich meine privaten Facebook Account. Ja, toll. Da muss man dann halt hier eingeben. Hahaha. Mache ich nicht. Kann ich euch dann halt nicht zeigen. Dann gibt es natürlich die Users. Ne? Da hat man dann beispielsweise alle hier die VIPs selbstverständlich. Aaron Brandt, Aaron Schmidt. Hier gibt es aber viele, die Aaron heißen. Und so weiter. Adrian Schopp, Alexander Brendel, Alexander Moser und so weiter. Also die ganzen VIPs auf der Gamescom. Ne? Und das ist natürlich auch hier selbstverständlich alphabetisch geordnet. Gucken wir dann auf Profil. Das ist natürlich dann hier das eigene Gamescom-Profil. Selbstverständlich. Da müsst ihr euch dann auch dementsprechend anmelden. Ist natürlich klar. Und selbstverständlich eure Favoriten. Dafür müsst ihr euch aber auch dementsprechend anmelden. Oder tut es das jetzt nicht, weil es jetzt abgestürzt ist. Naja. Ist auch egal. Meiner Meinung nach ist die Gamescom-App natürlich selbstverständlich sehr gut. Ähm. Ja, die hat sich hier aufgehangen. Das kann ich verstehen. Deswegen, ähm, äh, komme ich einfach mal zum Ende. Hahaha. Ähm, deswegen komme ich jetzt stumpf zum Ende und sage dann einfach, ja, das war es dann auch von der, ähm, App der Woche. Schade, dass sie sich aufgehangen hat. Geradewegs, äh, jetzt. Das Programm hat sich aufgehangen. Deswegen, ein bisschen schade. Nein, aber im ganz großen Ganzen halt für die App, ähm, ja, holt euch ein gutes Handy dafür. Aber sonst ist die App natürlich, wenn ihr auf der Gamescom seid, ein gute, eine gute Informationsquelle, um natürlich alles zu bekommen. Und selbstverständlich, äh, sieht ihr auch alles ausgeschildert. Das ist nur so viel dazu. Downloads unten in der Videobeschreibung für jeweils Android und iOS. Natürlich auch unter dem Video auf derchotv.wordpress.com. Ein Daumen rauf, falls euch gefallen hat. Daumen runter. Wenn nicht und wenn nicht, dann nicht. Ich wünsche euch noch alles Gute. Man sieht sich und man hört sich. Bis dahin. Tschüss.